Bis jetzt beginnt unser Objekt mit seinem programmierten Verhalten, wenn das Programm startet. Es ist allerdings auch möglich, das Objekt so zu programmieren, dass erst wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, das programmierte Verhalten gestartet wird. Das werden wir jetzt ausprobieren. Dazu müssen wir wieder passende Bausteine finden. Gehe dazu unter Skripte in der Objektansicht. Schauen wir mal, was es in der Kategorie Steuerung für Bausteine gibt. Wir nehmen hier den wenn-angetippten Baustein und wählen diesen aus. Platziere ihn entweder unter dem Block mit dem wenn-programm-gestattet-Bausteinen oder oberhalb. Da dieser Baustein oben rund ist, ist es nicht möglich, diesen an einen anderen Baustein anzudocken. Wenn unser Objekt also nun angetippt wird, soll etwas passieren. Was genau, müssen wir natürlich wieder programmieren. Gehe dazu diesmal zur Klang-Kategorie. Tippe auf den Baustein Klang starten und platziere ihn unter wenn angetippt. Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass das Neue unter dem Klang starten fein unterstrichen ist. Das bedeutet wieder, dass wir diesen Wert verändern können. Tippe auf die Schrift Neu und du siehst verschiedene Optionen. Wir können entweder einen Klang von unserem Smartphone nehmen, einen eigenen Klang aufnehmen oder wieder in die Medienbibliothek gehen. Wir tippen auf die Medienbibliothek, um zu sehen, welche Klänge es bereits gibt. Wenn du nun auf Play drückst, kannst du die jeweiligen Klänge anhören. Um einen Klang herunterzuladen, tippe auf den Titel. Für unseren Panda nehmen wir am besten ein Tiergeräusch. Perfekt, probieren wir unser Programm nun aus und schauen, ob es funktioniert. Wenn wir das Programm starten, verändert der Panda nun seine Größe und das Aussehen. Und jedes Mal, wenn wir nun auf ihn tippen, spielt auch seinen Klang ab. Wow, nicht schlecht. Wir sehen also, dass wir unser Programm interaktiv machen können. Erst wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt, in diesem Fall, wenn der Panda angetippt wird, wird ein bestimmtes Verhalten gestartet. Wir sehen uns beim Tabern ab. Wir sehen uns beim Tabern ab. Vielen Dank.